So, ich habe jetzt hier eine Armbanduhr und da fließt ein Strom durch, der Stromstärke, und gesucht ist die Zahl der Elektronen, die da durchfließt, und zwar pro Sekunde. Also was ist alles gegeben? Es ist gegeben, die Stromstärke ist 1 µA, gleich umrechnen ist 1,0, nee, nicht 1,0, sondern 1, 1, 1, 1, nicht was dazu bauen, 1 mal 10 hoch minus 6 Ampere, Mikros, Millionstel, dann die eine Sekunde, also t gleich eine Sekunde. Was ist gesucht? Eine Zahl ist gesucht, ich nenne diese Zahl mal n für natürliche Zahl. Und hinzielen sollte ich auf die Formel i ist q durch t, am besten Änderung, also Delta q durch Delta t, Änderung der Ladung pro die Zeit. Und ich habe ja jetzt, also ein i habe ich gegeben und ein t habe ich gegeben, aber gesucht ist ein n und nicht ein q. Und jetzt sollte ich wissen, dass ein Elektron, das ist in meiner Merkhilfe drin, ein Elektron hat immer die Ladung, e minus ist 1,6, also 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das heißt, wenn es um irgendwelche Ladungen geht, und wenn ich 1000 Elektronen habe, habe ich halt 1000 mal diese 1,6. Und wenn ich n Elektronen habe, dann habe ich n mal die 1,6, also n mal e minus. Und jetzt habe ich dieses gesucht, die Zahl der Elektronen, das ist hier gesucht. Und jetzt kann ich alles zusammenbauen. Also dieses q kann ich da einsetzen und t und i habe ich gegeben und los geht's. Also ein bisschen Platz schaffen. Also ich löse jetzt hier auf mal Delta t, das heißt also i mal Delta t gleich q und drehe es mal um. Also q gleich i mal Delta t und q ist ja die Zahl der Elektronen mal die Ladung eines Elektrons. Und so, und dann habe ich mein n. Mein n ist die Stromstärke, die Zeit und die Elementarladung eines Elektrons. So ein bisschen Platz schaffen und los geht's. Also Stromstärke war 1 mal 10 hoch minus 6 Ampere. Die Zeit war eine Sekunde und das ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. So, und Ampere, das passt auch. Also eine Ampere, Sekunde ist ein Coulomb, das kürzt sich raus, die so eine Zahl hat, keine Einheit, darf keine Einheit haben. Und weiter geht's. Da kommt jetzt was raus. Und zwar kommt raus 1,6. So, nee, wie viel haben wir? n gleich 6,24 mal 10 hoch 12 ohne Einheit. Und jetzt ist aber das Runden wichtig. Jetzt gehen wir mal da so hier. Wir haben nämlich hier wirklich nur eine Ziffer und hier haben wir auch nur eine Ziffer. Das heißt, das ist alles sehr grob. Und damit muss das Ergebnis auch grob gerundet werden. Ja, das heißt, ich muss das Runden auf n gleich 6 mal 10 hoch 12 auf nur eine Ziffer. Ja, und das ist, also 10 hoch 9 wäre die Milliarde, 10 hoch 9, dann die Billion ist es dann. Aber lassen wir es so mit 10 hoch Ding stehen. Und genau, der hat ja die einzige Bemerkung, was ich jetzt noch interessant finde, hier steht. Also, könnt ihr eigentlich schon wegschalten. Klassische Armbanduhr mit Strom. Also, entweder habe ich Zahnräder oder, also naja, klassisch ist für mich ein Zahnrad. Aber sonst ist es eine schöne Aufgabe.